Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Kapitel 15 steht vor der Tür, dann machen wir doch gleich damit mal weiter. Und da sind wir ja, hoffentlich bleibt der grauser Tod, den wir letztes Mal erledigt haben. Ich glaube schon, ich habe nämlich ein Achievement dafür bekommen. So, zwei wunderbare Fässer waren vor uns und das Spiel will offensichtlich das mal hier hoch gehen. Lässt uns nicht viel andere Möglichkeit und ich darf meine Glotzböbel mal wieder benutzen. Ja, sieht scheiße aus. Ashley, geh doch nicht mit denen mit. Ach, was ist los mit dir Mädchen? Ja, aber zumindest bewaffnet bin ich ja gut. Mit der Munition schauen wir mal. Na gut. Oh, Kistelein. Beinahe außerhalb meines Sichtfelds. So. Ah. Monsieur Handler. Oh, was hast du? Oh, Rohstoffe. Na, auf jeden. So, dann was können wir tunen? Das Kampfmesser. Ah. Wir haben grausend sein Messer abgenommen. Gut, ich schätze, er braucht das echt nicht mehr. Das ist ja cool. Dann machen wir vielleicht hier die Haltbarkeit hoch, obwohl, passt eigentlich. Schutzweste reparieren, unser Messer reparieren. Oh, das war vielleicht dem nicht. Das ist ja deutlich schlechter als das von... Na gut, dann geben wir hier noch... Geben wir noch einen drauf und ansonsten kann ich nichts machen. Ja, ja. Immer wenn es pressiert. So, dann einmal überschreiben. Wunderschön. Weiter geht's. Alles nachgeladen? Ne, nicht alles nachgeladen. Oh, oh. Vorsicht. Hey. Wieso haben die eine MG? Äh. Ah. Ah. Ich habe Unterstützung bekommen. Der Heli ist endlich da. Und der Loot gehört nur mir. Ach, ich liebe dich, Mike. Wieso warst du nicht in den anderen Leveln schon da? Uh, da kommen ja noch mehr. Mike. Mike. Okay. Dann. Oh, hier ist mein Leiter. Hoch mit uns. Kann ich nicht. Au. Au. Oh, das ist die falsche Waffe. Mike, hilf mir. Ich bin schon wieder solidiert. Hä? Ich wechsle doch nur zur Pistole. Was machst du, Pizzi? Was machst du, Mike? Die sind hier. Ah. Help-Item. Help-Item. Ganz dringend. Ja. Ja. Dankeschön. Tschüss, ihr zwei. Oh. Sag dir tschüss. Oh, ich liebe Heelies. Oh, ich liebe Heelies. Ich mag Kampf-Heelies echt gerne. Oh, Molotow. Lass ihn fallen. Sehr schön. Komm schon. Muss Munition sparen. Oh, nee. Oh, nee. Der entwickelt sich vielleicht weiter. Doch nicht. Alles gut. Alle tot? Sieht tot aus. Der wäre echt praktisch gewesen in ein paar der vorhierigen Missionen. Eigentlich in jeder. So, dann wollen wir mal hier alles aufsammeln. Und da drin ist ja auch noch was. Heute ist ein guter Tag. Wäre mal wieder reich. So. Nachladen. Vielleicht auch mal craften. Könnt nicht schaden. Oh. Das kann ich nicht mehr. Oh, der Heelie bleibt ja. Gerne. Na gut. Na dann beeil dich mal. Sehr cool. Das hast du, Mike. Thomas, viel mehr Schaden, als ich es je gemacht habe. So. Ah, da ist ja noch ein. Ein Armbrustschütze. Mit Kopfschmerzen. So. Okay. Okay. Ich spiel nur noch mit Feuerunterstützung. Das macht deutlich mehr Laune. wenn man nicht auf seine eigene Munition aufpassen muss. So, habe ich alles erwischt? Ja. Hoch mit uns. Wir müssen das Heiligtum stürmen. Aber nicht, bevor wir die Fässer und das Kraut hier eingesammelt haben. Wer weiß, wann wir das nochmal brauchen. Irgendwie ist Gartenbau mit meiner Tastengelegung drin. Oh, was ist gut denn? Nee, 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 nee. Vorsicht, Teli. Ja. Na gut. Während Mike sich erleichtert, versucht mir mal das Leben leichter zu machen. Aber erst nachdem wir gelootet haben. Das ist irgendwie... Das muss sein. Oder geht's hier direkt weiter? Oh, Mist. Nee, ich... Vielleicht da in die Höhle. Neu. Oh, schau wieder so nicht hier auf den Rücken. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich dachte, hier geht's nur mit dem Schütz. Oh, das sieht gut aus, glaube ich. Ja, ist ja gut. Ist recht. Granate. Oh, nee, das war die gute. Das war doch die gute. Rennt. Okay, ich glaube, ich muss hier echt mal ein bisschen Dampf machen, dass ich Feuerunterstützung kriege. Sonst verballere ich wieder meine ganze Munition für mich. Komm schon. Wo denn? Wie denn? Ich suche hier noch eine Leiter. Nein. Au. Ich bin schockiert. Weiß leider nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht hier raus. Komm schon. Ich hab schon ein bisschen was gebracht, aber hier war man glaube ich am Anfang. Au. Nein. Der ist ja gut. Oh je, die meins ernst mit ihrem Geschütz. Die meins ernst. Nicht meins ernst mit dem nicht treffen. Komm schon, wie schalte ich dich aus? Na, hau doch mit gegen das Motelteil. Das muss ich machen. Du bist tot. Du bist auch tot, oder? Ja, ist ja gut. So, und nun? Und nun? Spiel, hilf mir. Hier. Hier vielleicht? Ich könnte auf die Sachen schießen. Hä? Bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Das klappt nicht. Und hier sieht es auch geschützt aus. Vielleicht muss ich die Treppe hoch. Da beißt du schon. Komm schon. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Sehr gut. Mensch, der halte ich. Wo ist denn mein Ziel? Vielleicht hilft die Karte. Äh. Hier ist eine Mission. Flagge Schütz. Ja. Ich weiß, wie mache ich das aus? Wie mache ich das denn aus? Vielleicht von ganz unten. Und ich hätte gar nicht hochkommen sollen. Nee, das ist ja auch die nicht. Außen? Hm. Draufballern bringt wohl auch nichts. Stromversorgung abballern. Hätte ich jetzt gemacht. Aber ich kann hier irgendwo hinterspringen. Achso, da wo ich herkomme. Schauen wir mal, wie das geht. Ich hoffe, das Spiel liegt ihm da ein bisschen. So, jetzt irgendwie nach rechts. Aber da kommen wir ja auch her. Ist egal. Hier ist noch ein bisschen Loot. Bei Joyce. Kann nicht der falsche Weg gewesen sein. So, dann einmal hier die Treppe hoch. Hier komme ich natürlich nicht rein. Nein. Wartet doch, bis ich mit dem einen da hinten fertig bin. Der auch nicht gestorben ist. Will ich mal einen Gaffens anmerken. So, alles gut bei euch. Bei mir nämlich nicht. Ich nehme nochmal ein Hilf-Item. Ihr seid aber auch hartnäckig, Leute. Ich hab doch gesagt, ihr seid hartnäckig. So, einmal aufs Maul und einmal ins Maul. So, schön liegen bleiben jetzt. Und hier ist wieder das Flagg geschützt. Und keine Art der Interaktion. Na gut, ich bin gleich zurück. Eine kurze Google-Suche, weil ich echt keine Ahnung hab. So, okay. Ich hab ganz kurz gegoogelt. Und anscheinend müssen wir hier tatsächlich die Treppe rauf. War also gar nicht so verkehrt. War gar nicht so verkehrt, wo wir waren. Wir hätten nur weitergehen müssen. Oh, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ah, du bist... Und schon. Vorsicht, der schießt mit dem Raketenwerfer gleich. Geht hoch. Das hat nicht gereicht für euch. Finde ich bedauernswert. So, ich geh nochmal eine Stufe höher. Wir haben ja nicht angesehen, wie man es zerstört, nur wo man hin muss. Oh, das sieht gut aus. Ah. Hoffentlich klappt das... Oh, das funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Ah, das will ja aber meinen. Weg mit euch Biestern. Seid ihr alle weg? Ich glaub, ihr seid alle weg. Ist ja schade. Oh. Er hat beinahe aus Gewohnheit den Healy selber angegriffen. Das wär nicht so smart gewesen. Das wär gar nicht so smart gewesen. Oh, hier ist anscheinend noch einer mühsam raufgekratzelt. Ich mag meinen Healy-Kumpan. So, dann müssen wir irgendwo anders hin. Ah. Ah. Sehr gut. Ich werd mich nicht zurückhalten. Machst du doch kaputt. Au. Ja. Was? Ist das dein Ernst? Nee, aber die heißen Typen da vorne. Also ich hätte mir mehr Feuerunterstützung erwartet. Vor allem, weil es die Präsident... Äh, die Tochter des Präsidenten ist. Also in dieser Episode war das gut. Und allen anderen hat das zu wünschen übrig gelassen. So. Einmal weg mit euch. Jetzt wär's ideal, wenn ich da hinten hochkommen würde. Ja. 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 Tschüssi. Nein. Nein, meine Schutzweste. Au, 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 au. Ist sehr gut. Jetzt wird zurückgefeuert hier. Echt jetzt. Was echt jetzt? Hinter mir? Hey, ich dachte ich kann nicht... Was machst du denn da unten? Komm zurück. Oh nee. Oh nee. Wo bist du denn hin, du Krabbelvieh? Boah, ich treffe echt tief. Krabbelvieh, komm doch zurück. Ich hab so wenig Munition. Na gut, einmal nachcraften. Kann nicht schaden. Und MP Munition machen wir auch. Oh. Da kann man so viel von machen. Ich bin beeindruckt. So. Hier gibt's auch noch einen Fass. Aber wollen wir mal einen Fass aufmachen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und das Krabbelvieh ist draufgegangen. Ja. Ist halt auch dämlich, wenn man sich neben so einem Sprengstoff fast versteckt. Würde ich nicht machen. Zumindest nicht freiwillig. Ja, mit dem Kraut. Hier ist auch noch Kraut. Und was, was ganz dynamisch blinkt. Eine Leiter. Ich glaub, hier müssen wir gar nicht rein. Na gut. Hier liegt noch ein bisschen Luft. Den wollen wir natürlich nicht entsagen. Den müssen wir aufsammeln. und dann wahrscheinlich hier hier einmal hochgehen. Also bis jetzt läuft das Kapitel echt gut. Besser als all die anderen. Na? Was liegt denn hier rum? Flintenmunition. Ich hab doch aktuell gar keine Flinte mehr. Kann ich da auch noch hoch? Ne, das war nur... Das war nur... Okay. Nur zu meiner Irritation war das da. Achso. Ich darf die Schalter umschalten. Ja, ist ja gut. Wo bist du hin, du Spahn? Weg mit euch Viechern. Oh, ich hab keine Munition mehr. Ne, gut. Dann mach mal halt wieder Hand-to-Hand-Combat. Jo, ich ja gut. Ihr seid ganz schön gesprächlich für Zombies. Ganz schön unfreundlich. Boah. Das ist das mal. MP Munition. Auf dich hab ich gar keine Lust. Du Schwein. Du Schwein. Entschuldigung. Weg mit euch. Bin hier ein bisschen in der Sackgasse. Nachladen. Nachladen. Au. Au, au, au. Ja. Ja. In eine Sackgasse manövrieren. Zu manövrieren ist auch dämlich. Na gut. Dann können wir das jetzt aber ein bisschen schneller machen. Hoffe ich zumindest. Ja, mit ruhig. Die beste macht es nicht mehr lang. Na kommt hier. Na kommt hier. Kommt hier. Ja, bisschen näher müsst ihr kommen. Bisschen näher müsst ihr kommen. Sehr gut. Wie sollst du dich schon entwickelt? Hab dir nichts getan. Ne, gut. So, der soll nicht die ganze Munition verschießen. Und dann wollen wir hier hoch. Dann schauen wir sich da so beschwert. Du bist es. Du warst es die ganze Zeit. So. So, und wir kommen gleich wieder hierher. Mach ich selbst nicht, was du machst, oder? Na komm. Ja. Gut gemacht. So, dann einmal hier die Kisten vielleicht mal mitnehmen. Und dann auf jeden Fall Scheiter umlegen. Und vielleicht ist es ein sparsamer mit der Munition sein. So, das sieht gut aus. Wo sind denn die anderen von euch? Da kommt noch einer. Ich warte noch auf das dicke Schwein. Der bleibt liegen. Ansonsten sieht das gerade relativ mau aus hier. Na gut. Da müssen wir wohl einfach auf die andere Seite. Hier war doch noch ein Fass. Oder zumindest Flintenmunition. Die dürfen wir auf keinen Fall übersehen. Auch wenn wir keine Flinte haben. Es ist eine Loot-Utensilie und die braucht man. Äh, das wollte ich doch gerade gar nicht. So. Oh, jetzt seid ihr wieder da. Das finde ich aber uncool. Und das Schwein ist auch da. Na gut. Dann weiß ich ja. Nochmal hier hoch und nochmal ans Geschütz. Da ist das Schwein. Jo, der ist down. Boah. Lass das mal. Der ist ja gut. Ja, ich nehme Hilf-Item. Ich nehme Hilf-Item. Gerade so reingeschafft ins Inventar. Na gut. Müssen wir eins craften. Hilft ja alles nix. Grün und Rot. Er spart mir den Tod. Kann es nicht leiden, in der Sackgasse manövriert zu werden. Nein. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, diesmal war das tatsächlich alles. Auf der anderen Seite muss man natürlich das ähnlich machen. Aus dem Augenwinkel lagen hier noch P7. Es waren nicht zu wenige. Können wir alle schön einsammeln. Ich mag die heroische Musik, die da gerade im Hintergrund abspielt. Das habe ich mir verdient. Nach dem Like der letzten Episoden. Wo ich nur auf die Fresse bekommen habe. Ist das schon ganz angenehm hier. Nein, ich wollte auch hier gar nicht dran. Eher mit den Piseten. Und den Ruinen. Oh. So. Jetzt haben wir hier auch noch einen Schalter. Bin gespannt, ob dann noch mal eine Gegnerwelle kommt. Wäre ja eigentlich zu erwarten. Oh, das hört sich zumindest so an. Ja, ich ja gut. Nicht entwickeln. Alle tot. Oder will noch jemand? Nö, alle tot. So, dann. Im Sinne aller, die Loot mögen, müssen wir natürlich noch mal da hoch. Haben ja gerade neue Gegner umgeschossen. Die haben leuchtendes Zeug fallen lassen. Und genau deshalb sind wir hier. Na, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. So. Und jetzt geht es endlich weiter. Vielleicht noch mal nachmunitionieren. Und noch mal MP-Munition. Und noch mal MP-Munition. Und gleich noch mal. Ich muss verrückt sein. So, das ist nachgeladen. Pistole ist ausgerüstet. Dann haue ich mal Lord Zettler jetzt auf die Fresse. Ein Megafon ist da oben. Das hat mich kurz erschreckt. Rein mit dir. Danke. Wenn wir zu Hause sind, gebe ich eine Runde aus. Ich kenne eine gute Bahn. Oh. Oh, Mist. Nein, Mike. Lass dich nicht beißen. Oh, fuck. Was für ein Arsch. Deine Insekten bringen nichts. Die waren doch so schwach. Au. Ich habe gerade gesagt, ihr seid schwach. Sehr gut. Waren das schon alle. Nur drei Stück. Ich dachte, ich hätte hier noch mal so ein blaues Medaillon gesehen. Ich habe ein blaues Medaillon gesehen. Na, also. Sonst sehe ich keins. Aber das ist mir ganz groß ins Auge gestochen. Ja, mit dem ganzen Zeug. Oh, wir können auch mal nach unten. Was auch immer das bringt. Hoffentlich ein riesen, riesen Schatz. Ich bin mir aber nicht so sicher. Gut, zumindest saß eine Schatztruhe. Gegner sehe ich auch keine. Hier ist noch so ein Grabstein. Grabinschrift bei den Klippen. Die Knochen unserer Brüder ruhen in allen Landen. Das Blut unserer Brüder wohnt unserer Nahrung inne. Wir sterben nur, um wiedergeboren zu werden. Wir leben bis in die Ewigkeit. Unsere Herrschaft ist absolut. Gut, noch ein Settler, der das geschrieben hat. Ein ziemlich toter Settler. Ein Zepter. Jetzt bin ich der König von dem ganzen Bums hier. Und da ist noch ein Medaillon. Ja. Bei so dunklen Umgebungen leuchten die dann schon eindrücklich blau. In allen anderen Umgebungen hätten die ruhig etwas mehr leuchten können. So. Irgendwann schön am Pistolen Munition verschwenden. Oh, wir können hier sogar nochmal rauf. Warum denn das? Noch eine Schatztruhe. Vielleicht gibt es hier noch was cooles zu dem Zepter dazu. Vielleicht so ein Diadem. Das gerade, ich hätte da oben Piseten vergessen. Sieht aber gut aus. Und seht mal, was ich gefunden habe. Da hängt die Quest wahrscheinlich genau dafür. Kampf den Medaillon 6. Ich will, dass jedes einzelne blaue Medaillon in diesen Ruinen zerdeppert wird. Selbst dieses Drecksloch von einer Insel würde ohne sie besser aussehen. Drei haben wir ja schon erwischt. Mal sehen, ob wir die anderen zwei finden. Die sind meiner Meinung nach ganz gut versteckt. Ratten. Musste ich nicht auch Ratten töten? Ja, aber woanders. Nee. Nee, das sind doch wieder die regenerieren, oder? Wo ist denn mein Hochleistungsvisier? Äh, Zubehör. Achso, das habe ich ja abgemacht. Oh, das gefällt mir nicht. Ja. Hört da doch so aus wie hier. Ja. Einer down. Ist hier gut. Ist hier gut, Kollege. Na, wer von euch will als nächstes raus? Niemand. Na gut. Oh, hier hängen so viele. Ich glaube, das ist ein Fehler, was ich mache. Ja, aber durch die Backs sehe ich nichts. Vielleicht sollte ich einfach Ruhe bewahren. Fehlt mir allerdings ein bisschen schwer. Überfühlung von Testexemplaren. Die Reparaturen wurden ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Da die Anlage zuvor als Gefängnis diente, waren nur minimale Eingriffe nötig, um die luftdichte Versiegelung zu verstärken. Vorausgesetzt wir bekommen keine Probleme mit der Kühlung, planen wir alle verbleibenden Testexemplare aus Trakt 1 hierher zu verlagern. Oh je. Alle Testexemplare wurden erfolgreich überführt. Während des Transport kam es zu einem kleineren Zwischenfall, bei dem ein Exemplar aggressiv wurde. Glücklicherweise sind nur wenige Opfer zu beklagen. Ach, so ein Glück. Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Exemplaren stets besondere Vorsicht walten. Es gibt Berichte, denen zufolge sie langsam eine Toleranz für die niedrigen Temperaturen entwickeln. Ja, toll. Richtig toll gemacht. Ich hoffe, in der Zwischenzeit schlüpft hier nix. Na gut. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Nur nicht berühren. Nur nicht berühren. Weiß nicht, ob die Handgranate mir hier viel hilft. Weeper. Mit der MP niedergestreckt. Wusste gar nicht, dass ich die ausgerüstet hatte. Ich schaue gerade nur auf die Leichensäcke. Und höre mit erhöhter Konzentration. Oh, was tut man nicht alles für Loot. Was tut man nicht alles für den ganzen Loot. Oh Mist. Wie viel seid ihr denn gerade? Du bist nur der Einer. Das ist gut. Nein. Ja. Er ist down. Weiter im Text. Hoffentlich geht die auf. Fuck ey. Was ist denn los mit dir, Kollege? Au. Danke, muss ich wieder. Oh, und die Viper kann ich ja essen. Au. Ja, ich brauche die Magnum. Das wird mir so langsam auch klar. So. Das war hoffentlich der letzte. Der macht das immer so dramatisch. Toll. Meine schön gegessene Viper bringt mir jetzt nichts mehr. Dann craften wir am besten noch mal. Noch mal eine Kräutermischung. Nur zur Sicherheit. Weiß auch nicht, warum anders. So. Hier mit der MP Munition. Kann ich das wirklich nur auf die MP tun? Ja. Ja, ja. Nicht das. Nicht die beste Strategie. Aber es ist zumindest eine. Es ist zumindest eine. So, Spiel. Muss ich echt da drin irgendwas machen? Habt jetzt eigentlich nur die zwei Lootkisten gesehen? Oh, oh. Da schlüpft gleich wieder einer. Okay, da ist zumindest so ein Sack mit gelben Schlaufen. Weiß nicht, ob das Spiel von mir erwartet, da irgendwas anzuhängen. Nee, ich glaub nicht. Leuchtet ja auch nix. Ah, nee. Wie soll ich das denn schnell machen? Ashley, komm mal wieder her. Okay, probieren wir's. Probieren wir's. Aber gerade so. Aber gerade so. Im Glück bin ich so sportlich und schnell. Oh, ich hätte den Akkuschrauber auch gern gehabt. Na, was ist denn hier? Ah. Nur ein anderes Loch in der Wand. Das erklärt natürlich so einiges. Händler! Verkaufen Seidenkristall. Ein Zepter. Oh, das ist leider nicht so viel wert. Die kunstvolle Halskette können wir fast bestücken. Da müssen wir, glaub ich, noch ein bisschen warten. Tunen. Zumindest die Weste kann ich reparieren. Und was hast du schon? Oh, nicht so viel. Wir könnten uns natürlich wieder so die Steam Rail holen. Hm. Ja, warum nicht? Diese Waffe verarbeitet immer zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Ist vielleicht besser als die ganze Zeit, das Visier auf der MP5 zu haben, weil damit treffe ich nicht so gut. Zubehör, Zielfernrohr, passt. So, das rüsten wir auch noch irgendwie auf den Schnellzugreif, Schnellzugriff, meinetwegen auf die Siegen. So. Dann einmal die Arbeit speichern. Kapitel 13 kann man überschreiben. Wunderschön, weiter geht's. Wer will ausmachen? Okay, da war dann nix mehr. Oh, oh. Ein Glück habe ich die Wehrmumition. Ist ja gut. Na? Oh, ich mag euch doch nicht. Ich mag euch doch nicht. So. Ob, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Gut, du bist down. Wie die Sieg, nehm ich. Au. Das tat weh. Dachte, ich hätte das Fass hier erfolgreich zum Explodieren gebracht. Anscheinend nicht erfolgreich genug. Oh, ein Barsch. Den stecke ich mir in meinen Hintern. Gut. Da muss man natürlich gegenhalten. Mit was, was zielen kann. Und ein Fass wäre auch noch da oben. Oh. Gelbes Kraut. Und unheim... Unheimvolle... Unheimliche Geräusche auf jeden Fall. Mensch. Treffen tue ich aber auch nicht. Was ist denn los mit meiner Schulter? Ah, da ist es. Hab mich schon gefragt, wo du bist, Kollege. Zerfst hier rum, als würde dir die ganze Welt gehören. So, links oben ist nix mehr. Oh, das war vielleicht ein gut Ding. Okay, Granate. Das ist ne Granatenaktion. Oh, seid ihr viele. Ich hab gern noch ne Granate. Seht hier. Okay, ich hätt gern noch ne Granate. Oder meine Healy-Unterstützung. Also, der ist ja auch tot. Ah. So, du entwicklest dich schon mal nicht. Das gefällt mir. Ja, da lacht er. Da lacht er. Gut. Hier war noch ein bisschen was. Da oben sind zwei Fässer. Da muss es also irgendwie raufgehen. Oh, Bärenfalle. Ist das ein Ernstspiel? Ach, ich mag die Dinger. Inzwischen hab ich sie nicht gewonnen. Okay. Aber wie es hochgeht, weiß ich tatsächlich nicht. Wie die Dinger hochgehen, das weiß ich inzwischen. Das funktioniert auch, falls wir schnell mal flüchten müssen. Oh je, nur noch ein Schuss. Die müssen wir auf jeden Fall nachmachen. Ah, zehn Schuss. Ja, das wird nicht reichen. Das wird einfach nicht reichen. Hier kann ich auch nicht rüber... Ah, hier kann ich rein. Na gut. Wollt mich grad schon wieder beschweren. War ja gar keine Notwendigkeit dafür. Eine schwere Granate. Und Pistolenmunition. Ist das nicht schön. Und Insekten. Das ist echt nicht schön. Alle tot? Eins kommt wieder. Was soll's? Ja, jetzt aber. Na gut, mach dir das. Gut, mach dir das. Ach so, die Teile da unten. Keine Ahnung. Vielleicht von der anderen Seite. Ist, glaub ich, im Moment nicht so wichtig. Im Gegensatz zur Pistolenmunition, die definitiv hier liegt. Ah, wieder schön viele Kisten in der Mission. In der Episode. So, hier war eine Tür. Komme ich denn da durch? Jo, das ist schon. Diesmal bin ich ja ausgewichen, du Schweine. Komm schon. Boah, der hält viel aus. Der Kollege hält viel aus. Ich brauch mal kurz hier ein... Ne, keine Granate. Die kommt gleich. Ach so, ich kann... Doch, ich müsste Platz haben zum Craften. Grün und grün. Komm schon. Hat die getroffen? Hallo? Seid ihr tot? Ihr seid nicht tot. Jetzt seid ihr tot. Ja. Sei nicht so theatralisch. Richtige Drama-Queen war das grad. Komm schon. Mach ihn doch fertig, wie er in der Lieb. Ne? Gut. Ah, schade um meine Weste. Ah, zumindest Gegner sind erstmal ausgeschalten. Apropos ausschalten. Sehr gut. Ein Benzinkanister. Kann ich nix mit anfangen im Moment. Na gut, da können wir nicht runterspringen. Aber hier. Und Piseten am Fenster. Piseten am Fenster. Hier kommen wir auch nochmal rauf. Wieder so eine verdächtige Tür. No, okay. Kein Schwein hier drin. Zumindest bis jetzt nicht. Das ist ja schon mal was Schönes. So. Dann geht's jetzt aber weiter. Ab ins Heiligtum. Lord Zettler muss unbedingt auf den Arsch kriegen. Der hat sich nicht gut verhalten. Von Anfang an nicht. War mir direkt unsympathisch. Wo soll ich wissen, wo er endlich reingegangen ist? Okay, hier komm ich nicht rein. Hier komm ich nicht rein. Na gut. Dann geht's wohl nur geradeaus. Ashley. Ashley, da liegst du ja. Warum? Was machst du? Bist du jetzt ein Monster? Ja, mehrmals in der Episode. Wollen Sie. Ich möchte lediglich diese Gabe mit so vielen Teilen wie möglich. Ja, ja. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Nicht wirklich. Du bist wahnsinnig. Der Heilige Leib verbindet uns alle. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken. Hört sich unangenehm an. Wir sind bereits eins mit uns. Bullshit. Warum lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Weil ihr gruselige Tücken seid. Sie ist Tat. Sedlock! Ah, richtig. Die Zeit ist reif. Ja. Dass dies Schaf sich unserem Bund anschließt. Nein, nein. Oh, gesegnet sei er. Gesegnet die süße Vergebung. Ich hoffe, Mike ist da. Oder ist es Ada? Ada! Geh! Wieso geh? Ich will kämpfen. Na gut. Die Blondine hier nehme ich mit, wenn sie kein Anker will. Oh, danke schön. Da spielt jemand mit Hirn. So, Ashley. Wir bringen dich nach Hause. Stoß dir nicht den Kopf. Floor-Information. Müsste da lang sein. Ich hab doch keine Ahnung. Das ist ja relativ linear auf dem Plan. Mensch, bin ich gebeutelt. Jetzt los. Ich hätte noch ein paar Kräuter im Inventar. Komm schon. Mach mal hin. Wäre lustig, wäre Ashley mein Endgegner. Was geht los? Das sieht doch relativ normal aus. Bisschen Wasser, bisschen Licht. Normalerweise ist es nicht gut, ins Licht zu gehen. Komm schon, Leon. Du bist doch schon klug. Mach ein Gegenmittel. Oh, nee. Servus. Ich müsste mal durch. Ich müsste hier einfach mal durch. Ganz schöne Grusel-Atmo hier. Keine Ahnung, warum die anderen so ein Fan davon sind. Sich den Kult hier anzuschließen. Ashley, wir haben es gleich geschafft. Am Ende des Tunnels. Lauf weiter, Leon. Wir haben es fast geschafft. Nicht jetzt schlapp machen. Nicht schlapp machen. Weg mit euch dunklen Fratschen. Na also. Schlimmste vorbei. Oh. Hier passt sogar Lue Schlüssel rein. Die hatten wir ja. Das stimmt. Na, hier hat aber auch lang keiner mehr gearbeitet. Ja. Mach mal einfach mal ein Gegenmittel. Und die kommt in den schönen Zahnarztstuhl hier. Hat bestimmt irgendwas auch. Karies auf der 4 und der 5. Klingt nix, wenn wir selber tot sind. Oh je, hoffentlich muss ich da keine Gegen... Was ist jetzt los? Achso, die... Es geht los. Ich hätte auch ein Visier, das das macht. Alles gut. Das sieht doch gut aus. Das wäre doch auch ein Minigame. Alles gut, du bist geheilt. Irgendwie. Oh oh. Hätten wir doch als Erster an die Reihe müssen. Na gut, das Kapitel ist zu Ende und damit endet natürlich auch die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.